Der Premio Cracto Brasileirao ist eine Veranstaltung, die seit 2005 in Partnerschaft zwischen dem Brasilianischen Fußballverband und dem Fernsehsender Rede Globo bei der alljährlich an herausragende Persönlichkeiten des Brasilianischen Fußballs Preise vergeben werden. Der begehrteste individuelle Preis ist der des besten Spielers. Die Auszeichnung hier ist vergleichbar mit der eines Fußballers des Jahres, steht aber als solches in Konkurrenz zur seit 1973 von der Fachzeitschrift Plakat vergebenen Bola d'Euro. Preise gibt es in verschiedenen Kategorien und die Preisverteilung erfolgt am Montag nach dem letzten Spieltag der Serie A. Bei dieser Gelegenheit wird auch die Meisterschaftstrophäe offiziell übergeben. Weitere individuelle Auszeichnungen neben der des besten Spielers erhalten der Torschützenkönig der Saison. Der beste Trainer und der beste Schiedsrichter, zudem werden herausragende Leistungen in der Vergangenheit in der Form einer Hommage gewürdigt. 2006 wurde die zusätzliche Wahl eines Spielers des Jahres durch Fans über das Internet eingeführt. Im Jahr darauf wurde erstmals ein Preis für die Entdeckung des Jahres und die besten Fans vergeben. Mit Ausnahme des Funpreises werden die Besten durch ein Gremium von gegenwärtigen und früheren Spielern, Trainern und Journalisten erkoren. Die jeweils ersten drei werden mit Trophäen in Bronze, Silber und Gold bedacht. Die Präsentation erfolgte von 2005 bis 2010 im Teatro Municipal do Rio de Janeiro, mit Ausnahme der Jahre 2008 und 2009. Als es wegen Restaurierung nicht zur Verfügung stand und daher das Vivorio im Flamengo-Park Verwendung fand und Lwe vom Globo-Bezahl-Fernseh-Ableger Sport TV übertragen. 2011 wurde der Preis in dem von Oskar Niemeyer entworfenen Auditorio Ibirapur in Sao Paulo verliehen. Auszeichnungen Spieler, Trainer, Schiedsrichter, Fans und Haumagen-Auswahl des Jahres Auswahl der besten Erstligaspieler in den jeweiligen Positionen der jeweiligen Saison